So, sind wir an unserer Basis. Wir haben ganz viele Sachen da oben drauf. Hätten tatsächlich wohl noch 5 Sachen mehr mitnehmen können. Okay, naja, da ist das halt so. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir hier irgendwas lösen können. Weil wir waren ja jetzt hier schon unterwegs und haben den Kern da irgendwie besucht. Da ist doch bestimmt hier was offen gewesen, oder? Ein Kernkonzept. Aktiviert ein Kern eines Planeten. Haben wir gemacht. Da kriegen wir einen QTRTG. Okay, mittelgroße Windturbine ist jetzt das nächste, was da steht. Da müssen wir nach Glazio führen. Lass uns mal gerade gucken, wo ist unser Labor. Da hinten, oder? Da hatten wir vielleicht was ausgewählt, oder? Chemielabor. Kohlenstoff kommt da rein und nochmal Wolfram. Was wollten wir denn hier bauen? Wolfram-Kabit. Kohlenstoff und Wolfram brauchte man dafür. Jetzt haben wir Wolfram-Kabit. Ne, das war falsch. Hier wollte ich hin. Grafit haben wir hier. Da ist das Wolfram-Kabit. Grafen, Grafen, Diamanten, Ammonium, Wasserstoff und Ammonium gibt Hydrazin. Aber wir haben keinen Wasserstoff. Das müssen wir noch haben, damit wir für die Rakete Streibstoff haben. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, oder? Und wo ist jetzt der Wagen? Da haben wir auf jeden Fall Ammonium eingepackt. Das ist Quarz, das ist Ammonium. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir Wasserstoffe kriegen. Wasserstoff ist hier auf Silvia auch zu kriegen. Das heißt, wir müssten hier nur so einen Extraktor haben. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen haben. So, jetzt müssen wir bauen. Äh. Horror stärker. Verpacker. Grafit hätte man im Dingens, ne? Was ist das denn? Schrott und organische Ressource. Ich weiß nicht, was der dann macht. Aber im Endeffekt wäre das ganz cool, weil, warte mal Schrott, hatten wir... Da hinten stecken, oder? Und die organische Ressource, was ist damit gemeint? Das wäre eine organische Ressource, aber, ah, die ist schon angefangen, das macht vielleicht nicht so viel Sinn, ne? Hier ist er. Und was wird da raus? Wir wissen es gleich, ne Pflanze. Hm, Kai, mir steht es bis hier, muss mal einer die ganzen Fehler hier überheben. Kann ich auch gern die olle Franky sein, aus die Pause zurück an Schicht, Frank. Senden über Exo, Auftragsplattform, Erholungsrate. Okay. Und die war da hinten, oder? Ne, das war eine Handelsplattform. Tja. Wo ist die? Ich habe die da auch schon gebaut, oder? Oder vielleicht nicht hier. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal, wir müssen erstmal wieder reinkommen, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich, ne? Und schaut das nächste Projekt und in der nächsten Folge dann auch hier wieder rein, ne? Alles klar. Bis dann. Ja, wo sind noch welche? Und da rechts ist ja einer. Wo ist denn? Zurückziehen. Der schießt durch die Mauer, oder was? einen von meinen leuten erwischt es gerade wo ist mein sonny wieso kriegt ihr jetzt nicht alle angst gewählt wir sind im kreuz vorher das ist gar nicht gut ich habe sie jetzt auf die kreuz ich habe eine kreuzung Gehe, die Schauke. Die Schauke? Ich bin jetzt auf. Ich bin bereit. Das geht nicht. Ich schraube den Schauke! Du bist du? Das ist eine Roboter. Ich bin über das. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf die Position. Ich bin auf der Reise. Du bist jetzt gut? Das ist doch nicht so gut. Ich bin bereit. 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 Da auch noch einen, das ist so eine Staustufe jetzt, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da auch hinkommen, eine Seite, äh Treppe, da, und dann den Weg da, und dann kann der Weg auch nach da gebaut werden, ne? Passt das? Ich glaube schon, ne? Okay, da müsste man dann gucken, dass man da noch eine Treppe vielleicht drauf macht, warte, dann würde ich den letzten Schritt vielleicht abreißen, oder? Äh, wo war das? Oh, Dürre bevorstehend, in drei Tagen, okay, lass mal ein bisschen langsamer laufen, Gebäude abreißen, ja, genau, und weil da kommt nachher eine Treppe drauf, passt, aber das werden sie natürlich in drei Tagen hier nicht mehr aufgebaut haben, schätze ich mal, ne? Prior hoch machen wir, aber ich glaube, das bringt aber nichts, weil da werden, ja, obwohl, das ist nur Rohholz, was gebraucht wird, das hätten wir wahrscheinlich, ne? Vielleicht kriegen wir das da noch hin, weiß ich aber nicht. Schauen wir mal. Komm schon, wir hier Holz bringen? Holz haben wir auf jeden Fall mittlerweile genug, ne? Warum mal, hier ist jetzt das Wasser so viel, dass das das Dreckige weggeschwimmt hat, kann das sein? Das wäre ja cool. Das wäre ja richtig cool, ne? Ja, das ist auf jeden Fall bis hierhin. Gut. Jetzt muss ich das machen, oder was? Ich könnte auch die drei drücken, ist klar. Anheuern. Okay. Level-Fly an Arbeit, okay. Gut. Was mit dem Aufputzen kriege, wohne ich hin, ne? Schnell, den müssen wir da hinten haben, da kriegen wir Geld für. Bronx erhalten, okay. Kochter Geldbrückenfüßler. In Salz gerüter Rohzahndruckgefisch. Agar, agar, trocken, umgekehrt zu, okay. Speisenplatz plus eins, Küchenpersonne plus eins, Valsabi-Menge plus eins, neue Interieur zwölf. Äh, das war schon erledigt, der Tag. Okay. Rank Bronze, neu. Heutiges Like, sechs hoch, gesamt elf. Im Stück gegelter Kaifischkopf war Verkaufsschlager. Haben wir zweimal vertickt und das hat richtig Geld gebracht. Verkaufte Ausgaben, hier, zack, best. Hoch, richtig hoch, 302 Nitergewinn. Sehr schön. Neuer Tag, neues Glück. Eingehender Anruf von Ellie. Hilf Ellie. Neuer Tag, neue Daten angekommen. Kongstar. Oh, stopp, den muss ich jetzt zurücknehmen. Da hab ich schon alles, ne. Gut, das passt da. Was hatten wir noch? Eyediver. Wir haben jetzt ein bisschen was mit Geld. Das können wir hier was aufwerten, ne. Sauerstoffflasche. Die werten wir auf. Jetzt sind wir da besser unterwegs. Wir könnten nochmal für 135 aufwerten. Taucheranzug brauchen wir nicht. Ist auch zu teuer. Könnten mehr Fracht hochbringen. Kostet uns 55. Lass uns nochmal die Flasche aufwerten. Und dann lass uns die Kiste noch machen. So, dann können wir noch das mehr machen. Das war schon mal gut. Möppenshop, ist da noch was zu machen? Schrot 4, Sait 1, haben wir wohl, oder? Oder hab ich das schon mal gehabt? Weiß ich gar nicht, ne. Hier brauche ich noch mehr Material. Da muss ich noch das Seil haben. Und hierfür brauche ich orangefarbene Seesterne. Okay. Okay, dann ist das schon mal geklärt. Anrufen. Was ist das mit Marina hier? Sammelkarten. Ach, der ist neu. Okay, kleingefleckte Hasel. Ist er irgendwo noch neuer? Weil hier steht nochmal neu, ne? Ist wohl egal. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den ersten Cut. Danke fürs Zuschauen. Guckt in der nächsten Folge wieder rein und startet das nächste Projekt jetzt gleich durch und guckt euch das auch an. Ich muss die Falltasten nehmen, ne? Feuersteller. Wir haben keine Toiletten, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir haben keine Toiletten. Wo bauen wir die denn dann hin? Da sind Wohngebäude und hier unten sind Wohngebäude. Guck, wir machen das hier so hin. Die Latrine ist da. Geht zweimal dahin, ne? Gehen die Waschbecken auf der anderen Seite dann? Ja. Passt. Ohne Tür, die da ist. 15 und 9. Sollte jetzt klappen, oder? Und dann machen wir gerade noch hier Straße. Und machen wir hier noch so schön davor her, ne? So, die bauen auch schon die Toilette. Das ist schon mal wichtig. Bisher sind die über den Busch gegangen wahrscheinlich, ne? So was. Was bauen die denn jetzt alles hier? Die Häuser werden nicht fertig. Dafür bauen sie jetzt die Toilette. Die Toilette erscheint denen also wichtiger. Als wir Wohnraum. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Aufbarkeit 76, Arbeitslast. Dann war gerade gespeichert. Kann ich sehen, wie weit das ist, ne? Hier fehlt uns definitiv das Obst dafür zum Anbauen. Und wo ist jetzt hier unsere Farm? Da. Was steht da? Nicht zugewiesen. Da ist doch einer. 5 von 7. Ich hoffe, die wächst trotzdem jetzt, ne? Gemüse. Haben wir Gemüse auf der großen Karte? Ja, hier. Aber dieses Anklicken, ne? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Was steht hier? Muss reif sein, okay. Also das wartet wohl noch. Das muss noch warten. Hier ist unsere Siedlung. Da würde ich ja gerne mal hin. Oh, das Haus ist sogar schon fertig. Und Rohstoffe sind vielleicht auch schon alle da, ne? Ah, ne. Vier Stühle fehlen uns noch. Aber die Latrinen werden schon gebaut, ne? Ah, jetzt ist sogar alles da. Sehr gut. Und es wird Winter. Gut, dass sie dann noch auf Toilette gehen können, bevor sie in den Hintern irgendwo draußen abfrieren, ne? Kriegen wir bestimmt noch fertig, oder? Ja, ja, ist fertig. Verbesserung des Klempner, den es dann gibt. Ist hier jetzt ein Klempner zu finden? Nö. Okay. So, die Toiletten hatten wir, die waren hier. Essensstandmarkt, das haben wir alles. Konstruktion, das hatten wir schon. Sammeln, das hatten wir auch schon. Gut, dann sind wir hier noch. Da hast du Planen und sowas. Reparatur, das ist jetzt nichts, was wir brauchen. Gut, das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Die gehen jetzt hier auch auf den Pott. Das heißt, die müssten eigentlich auch irgendwo zufriedener geworden sein, ne? Dienstleistung. Essensstände plus 0,2. Gesamt Toiletten. Behausung. Bevölkerung ist 17, ja. Benötigt 19 Arbeiter, 17. Wir müssen, ah, warte mal, wir konnten noch irgendwo Leute einstellen, ne?